so anita ist schon fertig wir haben kein vorher foto gemacht oder video wir wissen ja ja da kann man anita eingeben und dann kann man vorher foto sehen und und so haben wir heute wie immer weiß und m622 genommen als farbe und kannst du dich drehen 30er länger haben wir genommen und dann jetzt stecke ich hier hoch und dann zeigen wir mit anita aus mit hochgesteckten zeig mal dreh dich mal so langsam um wir haben sie hoch gesteckt und dann haben wir noch so ein bisschen feine strähnchen noch außenrum um das gesicht herum eingeknüpft dir steht es auch danke dass du da warst bis nächstes mal